Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern Abend kamen Patch Notes raus. Ein Patch, der für Dienstag geplant ist. Und da sind ganz spannende Sachen drin. Aber leider auch ein paar Sachen, die ich mir gewünscht hätte, aber leider nicht drin sind. Das können wir direkt mal abschließen. Härten gibt es leider keine Änderung. Ich weiß, viele von euch und ich auch sind von Härten genervt. Ich habe erst heute ein 2Grader Arfix-Schwert quasi im Müll geschmissen, weil die Härte nicht drauf kam. Es gibt kein Wort zu Stygian Stones. Das heißt, die Droprate wurde noch nicht angepasst oder sonst irgendwas. Allgemein Droprate zum Pit, da gibt es auch nichts. Also Ingolid, Niedereisen und Obduzite, alles was ihr da bekommt, bleibt so wie es ist. Und auch die Schwierigkeit oder irgendwelche anderen Anpassungen im Pit gibt es nicht. Aber was wir bekommen haben, sind ein paar Änderungen zu Kosten, Masterworking. Eine ganze Palette von neuen Bugfixes und ich glaube, das freut ganz viele zu den zerstreuten Prismen. Aber fangen wir ganz oben an. Ich habe die Patch Notes hier nur auf Englisch. Wenn ihr das Video seht, werdet ihr safe schon auf Deutsch da sein. Und ich packe euch die unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das selber nochmal nachlesen, weil auf die Bugfixes unten gehe ich auch nur auf eine Sache ein. Nein, das behalte ich mir aber für einen Schluss, weil das ist ganz verrückt. Okay, fangen wir direkt mal an. Also, es gibt jetzt ein Window, was euch sagt, dass ihr aus einem Greater Arfix kein Greater Arfix rollen könnt. Das war ja schon bekannt, wurde aber so nirgendwo gesagt, woher soll man dann wissen, dass man Greater Arfix nicht rollen darf. Ich glaube, das ist auch so ein allgemeines Problem bei Blizzard. Die Blizzard Leute, und das kann ich auch voll nachvollziehen, verlieren manchmal ein bisschen den Casual Gamer aus den Augen. Und ich weiß, dass das viele von euch nicht hören wollen. Aber 90, 80 Prozent oder so sind meine Schätzung, spielen das Spiel ohne tief in Diablo drin zu sein. Wenn ich an einen kleinen Lou denke, der vielleicht nicht so im Internet unterwegs ist, woher soll er wissen, dass man Greater Arfix nicht rollen darf. Macht das und denkt dann, hä, wo ist der Greater Arfix hin? Auf jeden Fall gut, dass das jetzt angezeigt wird. Die Hellborns wurden ein bisschen stärker gemacht. Die waren dann im Endgame auch tatsächlich ein kleiner Witz. Machen jetzt auch nochmal mehr Feuerschaden. Das heißt, auf jeden Fall aufpassen in der Hellenflut, dass ihr eure Feuerresistance auf 70 Prozent habt. Die Masterworking Materials, also die Vollendungsmaterialien, musstet ihr ja vorher immer so eine Box kaufen. Da musstet ihr die Box aufmachen und dann habt ihr daraus 300 Ingolyt oder Obduzid bekommen. Das wird jetzt so, also bei den großen Boxen, das wird jetzt so sein, dass ihr jetzt einfach sofort umtauschen könnt, ohne dass ihr extra eine Box aufmachen müsst. Das mit der Box habe ich sowieso nicht so ganz verstanden. Wahrscheinlich war das eher so ein Platzhalter. Ich weiß nicht, auf jeden Fall geht es jetzt ohne Box. Dann ganz cool, wenn ihr einmal Vollenden freigeschaltet habt, dann ist das für alle sofort freigeschaltet. Bedeutet, ihr macht auf einen Charakter vollenden, das bedeutet ein Night by Dungeon Stufe 46 und dann wird es sofort für alle anderen Charakter, die ihr in der Zukunft und die ihr jetzt schon habt, erstellt, freigeschaltet. Bedeutet, auch für den Eternal und auch für Level 1 schon direkt am Start. Finde ich auch ganz cool, dass man auch, wenn man schon ein Hunderter hat und dann auf einem neuen Level 1er spielt, dort direkt die Möglichkeit hat, vielleicht Härtungen drauf zu machen und auch direkt zu vollenden. Gerade wenn man zum Beispiel ab Level 35 ein Uber Unic benutzt, dann ist es schon ganz doof, dass man das dann nicht vollenden kann, weil das noch nicht freigeschaltet ist. Auf jeden Fall eine sehr gute Änderung, dass das jetzt mit dabei ist. Vollenden wurde insgesamt die Kosten reduziert. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, war das jetzt nicht unbedingt nötig, weil gerade die Ränge von 8 bis 12 macht man jetzt nicht jeden Tag 10 Mal, sondern nur einmalig. Da fand ich es noch okay, dass es 30 Millionen ungefähr gekostet hat. Aber, ey, ganz okay, Kosten runter bin ich immer ein Fan von. 1 bis 4 bleibt, alles andere wurde reduziert. Dann, das finde ich ganz wichtig, endlich wird angezeigt, wo der Armor Cap ist. Weil die Frage habe ich bestimmt schon 100 Mal im Stream Chat bekommen und ich kann es auch nachvollziehen. Ich wüsste das auch nicht, wenn ich nicht das Ding hier quasi, ja, ich will nicht sagen beruflich mache, aber dass ich mich damit so viel befasse. Der Tooltip zeigt jetzt, wie viel das Armor Cap ist, das Rüstungs Cap. Das war ganz wichtig, weil das weiß ja niemand da draußen und finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den, glaube ich, den meisten von euch freut. Die zerstreuten Prismen, die man braucht, um einen Sockel auf ein Item drauf zu machen, wurden die Drops erhöht. Das heißt, Goblin Drop Chance wurde erhöht, der Batscher, der Schlechter lässt das jetzt fallen und auch die Weltbosse lassen immer ein zerstreuten Prisma fallen. Das sollte auf jeden Fall in Zukunft niemand mehr Probleme haben, ein zerstreuten Prisma zu haben. Ich frage mich sowieso, wieso das reduziert wurde. Damit kannst du ja nichts machen, außer zu sockeln. Ich weiß nicht, wieso man da so einen Flaschenhals künstlich erzeugt. Und, ja, weiß ich nicht, was da bei Blizzard sich dabei gedacht hat, war vielleicht auch einfach nur ein Fehler. Das waren eigentlich schon alle Quality of Life Einruhen. Da gibt es eine ganze Palette an Bugfixes, Bugfixen, die könnt ihr euch alle selber durchlesen. Da gibt es nämlich eigentlich nur eine Sache, die sehr, sehr interessant ist. Und dafür müssen wir ein bisschen was weiter runter. Wir haben hier einmal Gameplay und Hellheit. Wir haben hier einmal Pit. Und hier haben wir Skills und Class Mechanics. Und ich weiß nicht, ob ihr mein Video von gestern gesehen habt. Da habe ich euch den OP Unbalanced Heat Barbar angezeigt. Und genau der, den finden wir hier. Fixed an Issue, where Barbarians Bash was dealing multiplikativen Damage anstatt additiven Damage. Und ich werde das Ganze am Dienstag testen. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass der Bash Barbar, der Heat Barbar ab Dienstag absolut nutzlos sein wird. Zumindest mal für die hohen Dungeons, für die hohen Pitchstufen. Der wird immer noch krass stark sein. Aber bei weitem nicht mehr so, wie es jetzt der Fall ist. Nochmal eine Ergänzung aus dem Schnitt. Adam Fletcher hat, nachdem Rob sich extrem auf Twitter über den Barbar, den vermeintlichen Barbar-Nerf, ausgelassen hatte, nochmal geschrieben, dass das ein Fehler ist. Das waren Informationen aus dem PTA, die sich da reingeschummelt hatten. Das heißt, ich muss hier zurückrudern. Der Barbar wird nicht genervt. Der Barbar bleibt genauso geil, wie er ist. Ist auch eine geile Information für mich. Ist für mich natürlich ganz doof, dass ich nochmal hier reinschneiden muss. Aber Leute, keine Sorge. Der Barbar bleibt genauso, wie er ist. Ihr könnt weiterhin den Bild so spielen, wie ich ihn gemacht habe. Und weiterhin damit Spaß haben. Aber jetzt nochmal zurück zum Video. Ich habe heute auf Pitchstufe 100 im Stream gepusht. Relativ einfach. Bin dafür von Sprung auf Eisenhaut rübergegangen, um mehr Dev zu haben und weniger Mobility. Und habe jetzt ganz, ganz easy die 100er Pitchstufe geschafft. Ja, das wird ab Dienstag auf jeden Fall gar nicht mehr funktionieren. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich fand eigentlich, der Heap-Up, der war schon unfassbar unbalanced. Hat aber auch unfassbar viel Spaß gemacht. Wundert mich, dass sie das nicht drin gelassen haben. Wie zum Beispiel damals in Season 2, den Kugelblitz-Magier. Da gab es ja auch einen Fehler mit den einzelnen Hits pro Sekunde der Kugel. Die falsch berechnet wurden. Da hat man den Fehler aber drin gelassen bis zum Ende der Season. Jetzt haben sie hier den Fehler aber entfernt. Ja, overall ein ganz gutes Update. Ich hoffe, dass da in Zukunft noch was zukommt. Zu dem Härten. Das ist mir nämlich ein ganz großes Dorn am Auge. Zu den Stigian Stones, die viel zu selten fallen. Und zu den Upgrade Materials. Weil Niedereisen, auch wenn man in 60er, 70er, 80er Grube läuft, viel, viel, viel zu wenig droppt. Um damit überhaupt die Möglichkeit zu haben, seine Waffenader auf 12 und seine ganzen Items auf 12 zu upgraden. Es wird schon sehr repetitiv, wenn man stundenlang in dieser Grube rumhockt, um sich Niedereisen zu holen. Ich hoffe, dass da ein bisschen die Droprate erhöht wird. Ein bisschen mehr die Droprate Stigian Stones. Und über das Härten müssen wir nicht reden. Macht entweder das Roll, die 5 Rolls weg. Oder gibt mir 10 Rolls. Ja, oder ich weiß nicht. Lass mich unendlich rollen. Irgendwie sowas. Ja, bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Lass gerne ein Follow da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Morgen gibt es ganz, ganz, ganz interessante Neuigkeiten zum DLC. Die solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Deswegen auf jeden Fall ein Follow da lassen. Das wird sehr spannend. und da ansonsten einfach mal auf Twitch reinschauen. Da bin ich jetzt gerade live und werde den Barb schon mal ein wenig umbauen auf einen neuen, kompletten OP-Bild. Da ist nämlich aus China wieder was rübergeschwappt. Aber da schauen wir uns dann im Stream an und ist dann eher in Zukunftsmusik für nächste Woche für ein Video. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.